Die Kirche Die Kirche Die Kirche Ihr übertretet die Gesetze, die Gesetze gottet, ihr armen Irren, ihr fahrt über Länder und Meere, um einen einzigen Glaubensgenossen für euch zu gewinnen, und wenn ihr ihn habt, dann macht ihr aus ihm schwingere Passage auch selbst. Sie schreit einfach los durch die Zone. Ja, das ist ein Glühblätter auf dem Bildschirm. Okay. Ja? 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 Ihr übertretet die Gesetze, die Gesetze gottet, ihr armen Irren, ihr fahrt über Länder und Meere, um einen einzigen Glaubensgenossen für euch zu gewinnen. Und wenn ihr ihn habt, dann macht ihr aus ihm Schlimmeres als ein Bordell. Ja? Ja? fahrradlösen aufgeklärt erwachsen und keine Kinder, scheiße, das sollte die Kinder sein na klar, weiter rufen wir hin ja 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 das, was in euch enden ist. Und alles andere wird rein sein für euch. Ein Gesetzgeber springt entrüstend auf mit solchen unverschämten Reden beleidigt über uns. Jesus antwortet, wer aus euch Gesetzgebern. Ihr beladet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten. Ihr selbst aber rührt diese Lasten nicht mit einem einzigen Finger an. Wer euch Gesetzgebern euch merden. Ihr baut den Märtyrern entmähler, stellt sie in den Türchen auf und lasst sie heilig sprechen. Ihr selbst aber habt sie zum Märtyrern gemacht. Sehe euch Gesetzgebern, euch wahren Kriminellen. Ihr habt den Menschen jede Möglichkeit genommen, die Wahrheit zu erkennen. und den nach der Wahrheit schreien, den schlagt ihr aufs Maul. schreien. euch Gesetzgebern, euch Priestern, eure Sprüche, die ihr vortragt, sind nicht als Trick von Menschen. Färet ihr doch wenigstens heiß oder wenigstens kalt, aber ihr seid nur alle waren und ich spüße euch aus. Geil. Es ist die zweite D-Mor. Mein Advertisement. What the fuck? Ich will mit dir auch mal erkennen, dass immer mehr Menschen nach Jesus rufen und seine Nachricht werden wollen. Dass immer mehr Menschen, die nachfolgen und nach seiner Wahrheit leben wollen. Das macht den Friedern und Gesetzgebern an. Die kommen zu neu von Jesus und fragen ihn, gib uns ein Zeichen das du der Erlöser bist. Wer bist du? Wir wissen ja nicht einmal, wer du bist. Was uns endlich werden bist. In welchen Auftrag handelt du? Wer gibt dir das Recht dazu? Das alles zu sagen und zu tun? Das ist das ist das ist das ist das Das Zeichen des Zeichens, damit ihr nicht so verschont. Die Zeichen des Wetters, ja. Ein stundsinniges und böse-achtiges Geschlecht will ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als der Aufruf gehe ich an die Menschen richten. Da eigentlich für die Bühne den Frieder und die Säber eines Pallades... Schöne, das ist so gut. Also die Kerl. Einfach von der Frau gelangt. Das war nicht. Einfach von der Frau gelangt. Ja, das war nicht mehr. Dann auf der Bühne stelle ich heute nicht. Das war natürlich nicht. Du brichst die Füße in der Nahrung. Was? Jetzt ist die Geschichte hier. Sondern gerückt von der Hand auf dieser Frau. Ja. Und sagst du jetzt. Du tötest. Du tötest. Du tötest. Du tötest. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt nur eine Möglichkeit, die muss gewählen. Er muss sterben. Als Jesus in die Heilige Stadt kommt, der in all dem Nachfolgen, jeweils im Kirchen, riesige Gebäuden und Bögen uns nach, Trunk auf die Tore, Kuppeln und Türen, weite Plätze verwalten zu wollen, kann es sehen, den ganzen Heeren vom Krieg von Hohen, Geschwisterkabinälen, der Quatsch. Wertvolles Dachdum, wilde, ganz belegensteckliche Schattstamm und unzählige Altare überholt mit Gold. Und alle sind von diesem Einrufen der weltlichen Füßen begeistert, was für eine Kraft ist und was für Bausen. Jesus bleibt nicht einmal stehen und sagt, kein Stein wird aus dem Anderen bleiben. Aus diesem Klünder gibt es noch keine Kirche. In Kirchen baut man aus lebendigen Menschen. Jesus kommt in die Heilige Gestatt und viele, die hören, dass Jesus kommt, laufen ihm entgegen und reisen Blumen nach und schreuen wir auf die Straße. Und alle rufen, Jesus Christus, unser Erwürger Gott. Die Christen und die Selbstgeber sind außer sich. Sie sagen, die ganze Welt läuft ihm nach. Und sie schicken Polizisten los, um Jesus festzunehmen. Als Jesus zu den Menschen sprechen will, kommen die Polizisten, um Jesus zu verlasten. Aber keiner wagt, Jesus anzufassen. Denn sie sehen, dass so viele an ihn glauben. Sie mischen sich über die Menschen und setzen die Menschen gegen Jesus auf. Und sagen, wir haben einen Haftbefehl gegen ihn, weil er das Volk verführt. Jeder, der uns zuhört und dem folgt, wird uns gefängnisvoll. Scharfe Worte fallen auf beiden Seiten. Die ersten Steine werden aufgehoben. Die Polizei wird zählen, um ja, gegen die Waffen vor. Jesus ruft. Wer von euch nicht nur eine große Schnauze hat, sondern wirklich ohne Sünde ist, besser werfe den ersten Stein. Da lassen die, die eine so große Schnauze hatten, die Steine fallen. Die Krieg vom Gesetzgeber fragen die Polizisten, warum habt ihr ihn nicht gefragt? Die Polizisten sagen, Noch nie hat ein Mensch so gesprochen, wie dieser Mensch spricht. Die Krieg vom Gesetzgeber schreien in falscher Hand, wieder saboteur, und die Kinder in den Büchern abgerusert werden, damit Ruhe und Ordnung wiederhergestellt werden. Zur Sicherheit und zum Wohl unserer Mitbürger. Wir haben auch die Einweichung unserer Gesetze. Die Menschen zugegen, die Schrocken, wegreißen nicht. Die Kriegse und Gesetzgeber hassen dich. Ja, gewöhnlich. Wir hästen die Menschen gegen dich auf. Wir werden ihnen nie verzeihen, dass du die Wahrheit sagst. Was kannst du gegen sie tun? Wir haben Polizei und Militär und haben Tränen, und haben Tränen, Gase, Maschinen, Bistolen. Jesus sagt, ich kann nicht weggehen, bis nicht auch die Analphabeten hören und begreifen. Ich habe heißes Erwarmen mit diesen Menschen. Eines Tages werden sie meine Worte begreifen und danach leben. Habe ich euch nicht gesagt, der, der nicht zu feige ist, nach der Wahrheit, die ich verbreite, ein Abi zu leben, der wird auch wenn er stirbt. Boah, das schmeckt richtig viel geil. Hat auch Schaum. Weiterleben. Gute Zeit, Herr Wehrs. Jesus spricht zu den Scharen von Menschen. Ich bin an Sicht in die Welt gekommen, damit jeder, der um mich glaubt, nicht in der Dich. Ich will euch lebendig machen. Ich bin nicht gekommen, die 5.8.1 zu richten. Sondern wer meine Namen nicht nicht hört und betolbt, der hat meinen Richter. Die Wahrheit, die ich euch zugerufen habe, wird ihn richten. Ich weiß, dass mein Ausruf ewiges Leben bedeutet. Ihr werdet vor Trauer schreien. Wenn ihr nicht getötet habt, warum wollt ihr mich also töten? Die Menschen schreien durcheinander. Wer will ich denn töten? Habt ihr nicht gehört? Ich hab' ihn anzeigen sollen, wenn er für die Menschen spricht. Dass hier ein Gefängnis kommt, der zuhörte, der ins Volk und andere sagen, zu wem sollen, sollen sie denn gehen? Was war ich denn du, Ich bin voll im Sohn. Also jetzt wird Janina kommt der Streisand von diesen Schwachdingen heraus und spricht. Das mach ich, das mach ich, das mach ich. Gordon Knicks läuft im Hintergrund. Find ich gut, er macht mit. Er macht das, das ist verdammt. Das ist Kunst, das ist verdammt. Die haben einen Eindruck dafür bezahlt. Da wollen sie auch den Boden bekommen, nicht wahr? Ich müsste auch Folgendes vorausmerksam machen, dass Herr Kinski eine sehr entscheidende Botschaft mit ihr vorgetragen hat, dass er es aber unterlassen hat, durch seinen Handel sich mit dieser Botschaft identisch erklären zu können. Quatsch. Ja. Alles was man anhand kriegen wird, hat man ja nicht. Na ja, wenn man machen lässt, dann ist er das so lieb. Das ist ein bisschen ein Ausflugfeld, ja. Das ist ein Bluescreen. Ich glaube, es ist ja nicht wahrscheinlich aber es ist ja nicht so schön. Guck mal, der ist auf dem Bluescreen, wie ist so ein riesen großen Bluescreen. Weißt du, wo er noch der geilste Bluescreen ist? Im Kino, sehe ich gerade. Der Vorhang, der muss noch gerade gezogen werden. Das ist ein wunderbarer Bluescreen. Dieses Gesinne ist noch beschissener als die Pharisäer. Sie haben Jesus wenigstens ausreden lassen, bevor sie ihn hier und so weiter. Genau. Na endlich. Da geht ja auch einiges. Da gehen ja auch einige. Warum so echt nicht raus? Krass. Hm. 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 Ich bin übrigens lange geültig von meinem Hauswert und gebraucht. Ich bin ja allgemein. Heimland, in die Freiheit der Strafeurettur zu stehen und in meiner Veranstaltung. War schön. Wie ist das hier? Vielen Dank. Vielen Dank.